so 30 minuten mehr schaden okay übermütig werden ist trotzdem nicht gut mal eintun mehr ich wusste schon wieso ich hier so ein tings hingestellt habe der buff ist die elixierwaren ist nur da der schadenspolifikator ist nicht mehr da dankeschön ich kann auch nur einmal fleisch essen oder ja man kann nur einmal fleisch jetzt wird es auch dunkel also merke die positiv buffs die verschwinden wenn man stirbt die negativ buffs die bleiben da wollen ja fair bleiben also 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 extrem viel kupfer und das geht nicht ein metallstern streitkolben ist eine zweihandwaffe wir spielen keine zweihandwaffen oder wir spielen sie nur um irgendwas zu zertrümmern noch mehr kupfer noch mehr kupfer ok da geht es jetzt langsam in die minenschächte rein ich habe keine ahnung wo wir reingehen wollen ob unten oder oben ob es einen unterschied macht ob die alle irgendwann wieder zusammen kommen wer werden sehen und noch mehr kupfer ok geh einfach mal hier rein moment oben war grad naja kiste ein bogen ne bomben ja genauso nutzlos naja 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 Das war's. Ja, doch. Ich habe Kampfmusik gehört, aber keinen gesehen. Ist auch etwas schwer zu sehen, wenn Stoppfinster ist. Moment, das ist eine andere Höhle. Ja, wir bewegen uns jetzt wieder weg. Das ist eine andere Höhle. Hier wollen wir gar nicht rein. Glaube ich. Hoffe ich. Vielleicht ist es auch ein anderer Zugang von irgendwoher. Weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt hier rüber. Hier habe ich noch nicht gesehen. Da ist noch mal guckbar. Ich will nur ganz kurz gucken, wo der Gang hier hinführt. Okay, auch wieder raus. Das ist noch mal ein separater Zugang. Ja, okay. Also wirklich verwinkelt. Und noch mehr Kupfer. Also an Kupfer wird es hier nicht mangelen. Ich muss nur ein Schmelztiegel jetzt finden. Warte, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ja, okay. Wir müssen unten. Ich nehme mal ganz schwer an. Wir müssen durch den Haupteingang. Da ist auch noch mal eine Nische, eine Kunde. So, jetzt können wir wirklich reißen. Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde hier. Und wir sind dann noch nicht mal richtig in der Mine sind. Und wir sind dann noch mal richtig in der Mitte. Kiste, eine Schriftvolle. Ah, wir können reparieren. Wir haben zu weit gegraben. Das klingt nicht gut. Meine Gier nach dem Elixier ist unstillbar. Du behältst es für dich, obwohl du gesagt hast, du würdest es teilen. Lügner. Wir, dein Volk, sterben für dich in diesen Tunneln. Wofür? Wir verbannen dich hiermit. Geh jetzt, sonst sollst du unsere wahre Stärke erleben. Such dein Elixier anderswo. Das hier ist unsere Mine. War klar. Uh, uh, Moment. Deswegen die ganzen Handgranaten. Man könnte sie hier durchspringen. Was wahrscheinlich sogar schneller gehen würde. Bist du der Schmelztiegel? Rucksack, pull. Ah, Pfeile. Pfeile. Wer braucht schon Pfeile? Schmelztiegel? Okay. Das ging jetzt leichter als erwartet. Okay, man findet hier auch extrem viel Metrausschrutt. So, aber wir haben doch eine andere Quest hier, oder? Ist ja nicht so, dass wir jetzt schon alles hier erledigt hätten. Oder doch? Hat man nicht eben noch eine Quest hier? Ist eben... Gelta. Aber wir gehen trotzdem gucken, was hier noch kommt. Also, wir gehen jetzt mal. ein bisschen auf meine hausdauer gucken und auch mein leben nachkampf ich neige dazu gegner zu unterschätzen ein neues oberhaupt sam es wurde getötet sein körper verordnet nun als warnung an der mühselsäule wir werden einen neuen anführer er nennen einen der nicht durch angst und gier regiert einen der gerecht und wahrhaftig ist das elixier wird unser sein klingt ein bisschen nach drachenkrankheit oder also sehr der linke ich kenne da ein ähnliches muster so also irgendwo hier sammelt ja ich gehe auf fach bin ich wieder am anfang ja wir sind wieder draußen gut das heißt dass der ganze bereich ist gar nicht so riesig wie ich das gedacht hätte wir haben den schmelztiegel leichter als gedacht weil das sägeblatt gestern ja okay ich habe an der falschen stelle gesucht ist gut war nicht so einfach zu beschaffen lag am streamer nicht am spiel so momentan war man die schmiede da ist die schmiede ich kann immer noch kein kopf schmelzen das gibt es doch nicht was meinen schmelztitel gefunden war die reise zu hart für dich auch zu jammen flammenblut eine flamme wieder zu entfahren braucht zeit und geduld im moment reicht es aus die schmelze herzustellen also an die arbeit die schmelze gebrannte ziegel schmelzen das haben wir doch alles schmelze 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 so ein inventar loswerden so viel quatsch über was ja flachs kann daumen ein ein metallschrott mehr rein die bausachen kommen woanders hin aber wer macht denn immer diese unordnung es ist echt schlimm zum zum glück habe ich ein bisschen gefahren also beim schmied die schmelze herstellen lassen damit man sich nicht denken und das ist der falsche die schmelze der hat gesagt bricht hier ein bein so und ja es ist alles rudimentär ich bin ja schon dabei behäuser zu bauen für die leute kommt alles kupfererz und kohle wenn ich jetzt wüsste wo das kupfererz ist so 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 das ist das im barren die kommen da auch gleich mit rein äh da kupfererz das rein das rein 20 kupfererz für wow ok ähm ja ist dann wieder content für mich abends ne so eine kleine farbentour zu machen wir wissen ja jetzt wo sie überall kupfer geht mal her das kommt weg das kommt eigentlich nicht da rein das kommt ähm da drüben rein und reparieren also schmelztiegel zu finden für die schmelze das ging jetzt 10 minuten berüh守 die